Heiße Rhythmen und knappe Kostüme. Mit viel guter Laune wirbt der Straßenumzug des Karnevals der Kulturen für Weltoffenheit und Toleranz. Und die Zuschauer haben ihren Spaß. Alles fantastisch. Bestens bei dem Wetter. Alles richtig gemacht. Die Sonne, die Atmosphäre, die Leute, der Spaß. Alles. Der Umzug ist der Höhepunkt des Karnevals der Kulturen und der Fantasie der Teilnehmer sind dabei keine Grenzen gesetzt. Der tanzende Drache dieser chinesischen Gruppe beispielsweise soll böse Geister vertreiben und Glück, Reichtum und Frieden bringen. Diese sechs jungen Menschen kommen aus Marokko. Auch sie genießen die exotischen Klänge und die internationale Atmosphäre. Insgesamt waren rund 75 Gruppen mit mehr als 4000 Tänzern und Musikern aus den verschiedensten Kulturen in aller Welt mit von der Partie. Damit die Zuschauer bei so viel Temperament einen kühlen Kopf bewahren, hatten die Veranstalter vorgesorgt und zahlreiche Wasserträger losgeschickt. Vielen Dank.